ja hallo und herzlich willkommen ja sorry für den kalten schnitt gestern aber ich möchte ja folgen bringen und wenn ich lange folge also folgen über den streamzeitraum und daher möchte ich lieber viele folgen bringen statt 12 lange das ist da nicht da ist das richtig kurz das licht an wir haben schon einiges jetzt heute aufgeräumt würde ich sagen die kaffee bringe ich mal raus bis jetzt hier 1 2 3 ja ah nein nicht kaffee allerdings eine andere käse wieder der kaffee der grüne käse haben wir hier jetzt noch kaffee erst noch mal auch nix an bestellen jetzt ist gut da wir haben 6 k auf dem konto und es wirkt voll das lager jetzt ein bisschen aufgeräumt also zusammengeräumt würde ich nennen 1 2 3 kommen so die schon wieder hinten fest alle hängen fest weiter arbeiten dafür werden sie ja bezahlt und nicht wenig aber wir brauchen ja gut leute das ist schon gut kroni kaffee 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 kaff Und den haben wir auch ganz gut bestellt scheinbar, aber der geht auch noch ein Nudeln. Kaffee, Kroni. Da unten. Können wir die eigentlich drauf packen. Dann hauen wir die nämlich durch. Dann gehen wir in den nächsten Tag rein. So. Moment. 3, 4 ist schon mal gut. 58 Kunden. Nächster Tag Käse und grüner Tee. 6, 8, 7, 47. So, 44 drauf ist. Der müsste passen. 2, 7, 2, 9, so. Alles klar. Irgendwas, was groß fehlt. Öl will ich mal holen. Der Käse auf jeden Fall. Wasser weiß. Einmal der Käse hier oben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wasser. So. Ob er ist einmal da im Lager oder wo. Oder wo. So. Aber wo ist dieses... Wo haben die das hingepackt? Den Käse? Muss ja irgendwo sein. Wasser, Wasser, Wasser. Also nicht, also nicht. Ich weiß jetzt nicht, wo der sein könnte. Ähm, ne, jetzt ist er weg. Nehmen wir jetzt die Öffnung jetzt. Jetzt 6 mal, okay. Was habe ich noch gesagt? Öl. Nehmen wir Öl 4 mal. Okay. Dann haben wir den anderen Käse 3 mal. 1, 3. Der T auch jeweils 3 mal. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wasser weiß 4 mal. 1, 2, 3, 4. Wasserklauhammer. Apfelsaft einmal. Apfelsaft. Cooler Light. Und Sprite. Dann sind wir da drüben durch. Hier Nudeln. Einmal sagen. Nudeln einmal. Und noch Zucker viermal. 1, 2. Einmal. Einmal zweimal. Einmal zweimal. Dann, äh. Das Gute ist, dass wir das gemacht haben. Den auch. 4, 5, 6. Mach auf 4, 5 mal. 1, 2, 3, 4, 5. Boot. Auch noch nicht. 4. So. Haben wir eigentlich schon auf? Nö. So. Sehr schön. Wenn die mal richtig mal laufen hier. hier. Mähn haben wir am Viert. Wahrscheinlich nichts mehr. Sonst hat das da nicht hingepackt. Ja. Wird aktuell nichts. Ach. Können wir wieder mit reinhelfen. Nudeln. Wennblchen. Und man. Die kommen. Die kommen jetzt rein. Und dann. Und dann. Das war es noch mit. Ja. Die kommen. Und dann. Ja. Das war es noch mal. Das war es noch mal. Und. Das war es noch mal. Ach so. Wahrscheinlich dann still, oder? So. Den müssen wir nicht schon wieder reinpacken, so. Musst du den wieder woanders hinpacken? Den müssen wir jetzt schon wieder da hinten rein kommen. Lusa. So. Grüner Tee. Ganz kurz das hier oben runter machen. So. So. Dann haben wir den Käse noch. Und dann Öl. Pflanzer Köpi. Ne, Pflanzer Tee. Richtig einsortiert, falsch gesagt. Oh. Neunzehn. Da war den ein. Pflanzer Tee. Den hier rein. Neunzehn. Den auch rein. So. So. den käse auch drin wir kommen voran hoffentlich lager ist ja gut gefüllt wenn jemand ein bisschen mit kassieren mit den kunden noch zufrieden sind wieder kassieren hier das lager aufgeräumt ist das licht noch an machen sagt er so so ja warum sagen wir noch nicht guten tag aber verträumt auf dem handy so 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 hier der nächste tag tag 70 schon zu teuer ok wasser flaschen so 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 Milch habe ich auf jeden Fall schon gesehen, die wir brauchen. Eier brauchen wir auch, aber wir fangen drüben mal an. Fangen wir hier an, die Eier brauchen wir 6x, so 3, 4, 5, 6, hier unten 3x, 1, 2, 3, Öl 3x, Käse hell 3x, der andere 2x, der Käse 5x, und der 3x, oder? Das wird es noch arbeiten. Und dann nehmen wir den 3x, 1, 2, 3, so. Und dann wollte ich Kaffee hell 2x, Kaffee braun 2x, Das reicht, Orangensaft ist noch da, Cola 1x, Wasser weiß 2x, Cola 2x, Cola light 1x und Wasser blau 2x. Nochmal, Milch einmal, und viermal kleine Milch. Dann einmal Müsli. Macroni, Nudeln, fünfmal. Macroni, Nudeln, fünfmal. Ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wir haben erst mal bestellt. Es kann losgehen. Und bis dahin sehen wir uns noch. Tschüss. Und bis dahin sehen wir uns in der nächsten Folge. Untertitelung des ZDF, 2020